Musik Moin Moin Leute, was geht? Der Chris ist hier mit dem gesamten Rolfsfudel und herzlich willkommen auf unserem neuen Kanal Rolfsfudel Gaming Entertainment Genau Und was wir hier machen wollen auf diesem Kanal ist wie ihr es schon erahnen könnt, euch entertainen Ja, und zwar mit Games Ja, und wir haben hier ganz viele Spiele spielen, also wir haben ja auch einen Call of Duty-Kanal Link in der Beschreibung Hahaha Ja Nicht alles richtig, alles richtig, nur weil wir von diesen Kanal, mit diesem Kanal pushen wir den Call of Duty-Kanal Jawoll Nee, egal Den anderen Kanal nicht kennen, ne? Nee, auf jeden Fall machen wir hier alles, was nicht mit Call of Duty zu tun hat Wir werden hier zum Beispiel Borderlands Let's Play bringen Titanfall und ganz viele andere schöne Spiele Alles, was das, was Spaß macht Genau, alles was Spaß macht und natürlich würden wir uns herzlich freuen, wenn ihr uns auch einen Kommentar da lasst, ob euch das gefällt oder nicht Und ja Immer schön Feedback geben Genau, immer uns Feedback geben Fallen mir Vorschläge Und wir freuen uns In die Kommentare klatsch, klatsch, klatsch Das muss der Reinhelmann Genau, und vielleicht Wir können uns jetzt nochmal vorstellen für die Leute, die uns noch gar nicht kennen von unserem anderen Kanal Okay, dann fang mal an Ja, ich fang mal an Also ich bin der Chemical Im echten Leben auch unter dem Namen Tobi bekannt Und ja Was? Nee, ich hab nur Und ja, also ich werde auf jeden Fall mit dem Chris, der sich gleich auch mal vorstellen wird Das Borderlands Let's Play machen und noch ein paar andere schöne Sachen machen Und worauf spielst du denn überhaupt? Ich spiele auf dem wunderschönen PC Und wenn ihr mich adden wollt, dann addet mich bei Steam Chemical Ja, das muss wohl in der Beschreibung stehen, weil Yeah Okay, Chris, stell du dich mal vor Ja, also ich bin der Chris auch im echten Leben oder Auch Chris, genau Auch Chris a.k.a. Chris Auf jeden Fall Christian ist mein richtiger Name und Ich spiele auch auf der Playstation 3 Und auch auf dem PC bin ich tätig, also von daher Da bin ich dann auch erreichbar Genau Uff, shit Ich bin der BigMD Lucas Ja Ich spiele auf der Xbox One Und auf der Playstation 3, die allerdings gerade hinterm Fernseher vergammelt Genau Und wenn das alles war Ja, das war alles vor. Äh, ja, ich bin der Slurpee, aka Niklas. Ähm, 19 Jahre alt, äh... So viel wollen die Leute gar nicht wissen. Naja, Vorscheinheit, ne? Ja, äh, wir kennen uns aus dem Real Life. Äh, das kann man übrigens nicht essen. Oh Gott. Ja, okay. Äh, was wollte ich sonst noch über mich sagen? Ich bin hier hauptsächlich Deko. Äh, ich kümmere mich halt hauptsächlich um den Call of Duty-Kanal, da ich PS3, Call of Duty-Kanal. Nee. Nee. Kann ich dir nicht leisten. Erst nächstes Jahr. Ja, ähm, deshalb werde ich ab und zu bei den Let's Placement wirken, aber hauptsächlich kümmere ich mich um den Call of Duty-Kanal. Genau. Und ja, liebe Damen und Herren, die uns jetzt zugesehen haben, wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass wir mit euch zusammen viel Spaß auf unserem neuen Kanal haben werden. Vielen Dank. Genau. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss